Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, einen militärischen Konflikt zwischen Israel und den im Süden des Libanon-ansässigen Hezbollah-Kämpfern zu verhindern, erklärte US-Außenminister Antony Blinken vor einem Publikum im Brookings Institute in Washington. Laut Blinken möchte keiner der Hauptakteure tatsächlich einen Krieg. Ich glaube nicht, dass die Hezbollah wirklich einen Krieg will. Israel will keinen Krieg, obwohl es bereit sein könnte, sich auf einen solchen einzulassen, wenn es notwendig ist. Der Libanon will sicherlich keinen Krieg, da er das Hauptopfer eines solchen Krieges wäre, fügte er hinzu. Ebenso glaube ich nicht, dass der Iran einen Krieg will, da er nicht möchte, dass die Hezbollah zerstört wird, und weil er möglicherweise versucht, die Hezbollah als Tkarte zu behalten, falls er sie benötigt. Während Blinken sprach, waren durch sein Mikrofon pro-palästinensische Demonstranten außerhalb des Brookings Institute zu hören. Minister Blinken wiederholte seinen Aufruf an den Hamas-Führer im Gazastreifen, Yaya Sinwar, den von den USA vorgeschlagenen Waffenstillstand zu akzeptieren, und betonte die Notwendigkeit eines gut vorbereiteten Plans für Gaza nach dem Krieg. Wenn der Konflikt endet, müssen klare und erreichbare Pläne für die Verwaltung Gazas, für seine Sicherheit und natürlich für die Unterstützung der Menschen, die ihr Leben wieder aufbauen müssen, vorhanden sein, sagte er. Bisher sind die Bemühungen arabischer Vermittler, unterstützt von den Vereinigten Staaten, gescheitert, eine Waffenstillstandsvereinbarung im Gazastreifen zu erreichen.